Yo, peace Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute wieder zusammen in Notruf Emden unterwegs als KSK 9 Einheit. Leute, das hat irgendwie letztes Mal Spaß gemacht und ich würde das gerne noch ein bisschen weiter ausprobieren, ein bisschen auszulernen, besser werden da drin, Leute. Ich sag, sind wir erstmal wieder mit dem hier unterwegs. Und ja, wenn ihr neu natürlich seid, würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. Ich denke mal, wir sehen uns beim ersten... Verbrechst du in die Zeit? Ah, ich hab nicht... Ja, danke, Uppen. Ich glaube, ich krieg nicht weniger XP, sondern es ist einfach nur ein Strike hier. Leute, wir müssen ihn einholen. Unser Auto ist aber auch fast kaputt. Ach, wir haben jetzt eine Pistole gegen das. Leute, was eine Verfolgungsjagd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Auto. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, doch passen wir auf. Da ist er, da ist er, da flüchtet er. Äh, geil. Aber cooler Fluchtweg, muss man sagen. Ich wollte gerade sagen, die gehen eigentlich kaputt. Okay. Ja, ja, wollo. Was? Okay, daran habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wo ist er hin? Oh no, jetzt habe ich... Ist er wieder raus? Wo ist er hin, Leute? Nein. Alle Einheiten haben einen Raub. Gut, dann gehen wir... ...in den Raub rein, Leute. Den haben wir verloren. Alter, was er für geile Wege er genommen hat. Moment, komm, das ist ja heftig. Aber eigentlich müssen wir nochmal zum Dace. Gucken wir mal, ob er den Raub trotzdem nochmal... Der ist ja gerade so schön vorne. Auf einmal ist er das einfach wieder. Er ist so umgedreht. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Toraz holen wir ein, Leute. Das müssen wir uns schaffen. Hoffentlich. Er ist hier abgebogen, oder ist er weiter ausgegangen? Ich glaube, wir müssen mal mehr zum Dace jetzt. Okay, Leute, wir fahren kurz zum Dace und dann... ...wenn es weiter. Leute. War das nicht der, auf den wir geschossen haben? Keine Munition mehr. Oh mein Gott. Gut, Leute. Er hat gewonnen. Er hat einfach gewonnen. Was ein Mist. Wir müssen nochmal jetzt im Polizeirevier... ...Munition auffüllen und dann geht's weiter. So, und das machen wir hier nämlich. Ganz entspannt. Munition auffüllen. Ich glaube, viel mehr habe ich auch noch nicht geschossen, Leute. Das heißt, wir können direkt wieder in den Einsatz gehen. Ja, schon hier. Zack. Dispatch. Hallo. Wie geht das Auto nicht? Ach, er ist hinten eingestiegen, Leute. Hast du das? Das macht so keinen Sinn. So, zack. Wir müssen hier mal ein bisschen umstrukturieren. Du kommst mal weg. Ja, du da hin, du da hin und du da hin. Hier ist so ein bisschen Platz. Alles klar. Okay, Leute. Ähm. LKW. Ja, der ist bestimmt schon weg. Der LKW. Mist. Leute, da ist er. Da ist er. Okay, das geht nicht im Auto tasern. Ich wollte es ausprobieren. Hätte ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sein können, wenn die Scheibe oder so kaputt ist. Oh, der geht voll aufs Ganze. Wir müssen eigentlich nur das Auto ein bisschen kaputt machen. Der geht so eingebuchtet. Den kriegen wir sowas von Leute, Alter. Er kann ja auch nicht mal richtig fahren. Er denkt ja wirklich, wir würden die nicht bekommen jetzt. Den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben. Jetzt nicht sterben. Llelelelele. Okay, er ist down. Er wurde down gemacht, Leute. Alter. Oh. Ja, da gab es wenigstens was zum Einsammeln. Mein CO2 war auch weg. Alter, was ist da trunken? Jo, hunge, Leute. So. Zack, 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 zack. Zack. Ein bisschen XP wenigstens bekommen dafür, Leute. Es gibt ja auch gerade mal zwei XP. Easy. Easy, easy, lemon squeezy. Hier vorne geht es direkt weiter. Nein, 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 nein. Ach. Nein. So knapp. So knapp. So knapp. Oh, das war ehrlich knapp. Leute, das war ehrlich knapp. Alter, das ist auch kriminell. Gut, dann nehmen wir dich auch gleich. Hobs, das nächste Mal werden wir dich sehen. Oh mein Gott. Oh, das war so knapp, Leute. Oh. Mein Auto heil raus. I guess. Ja, geil. Geil. Los, geh auf. Geh auf. Geh auf. Habt ihr das gesehen? So schnell kannst du gehen, Leute. Also. Ich sag, saß hier sogar in meinem Auto. Da sind sie. Den kriegen wir, Leute. Den machen wir fertig hier. Einen haben wir. Easy. 7. Einmal hitten on me. Es ist so schlimm. Ein Reifen kaputt. Easy, easy, easy. Nächster dead. Leute, ich nehm alle Hops. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Alter. Das muss einfach nur. Karma zahlt zurück, Leute. Karma zahlt zurück. Oh, Leute. Ich hab eben das gesehen, dass das Spiel ein bisschen laut war. Ich hoffe, das war nicht so übertrieben laut. Oh mein Gott. Äh. Äh. Nochmal. Genau nochmal on me usen, Leute. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da vielleicht gleich jemanden treffen. Das wär doch Baba. Mäßig. Äh. Der falsche Tasse gedrückt. Der ist irgendwie wieder eingestiegen. Keine Ahnung. Aber wir müssen ja erstmal Autoheile machen jetzt. Hat man hier mit die Tür offen gelassen. Das ist ja geil. Hey. Da. Musste ich hier nicht warten. Wunderbar, wunderbar. Coole Idee, aber dauert viel zu lange. Ehrlich. Hm. Davor ist er gerade geflüchtet. Der Motorrad. Das ist auch echt schnell gewesen, glaub ich. Gucken wir mal, Leute. Wir müssen ja wahrscheinlich unsere Munition versuchen. Au. Okay, das ist ja gar nicht. Mix. Ah. Snaps, Blocks, Leute. Ne. Einer von denen. Aber alle, die kriminell sind, sind auf jeden Fall hochkriminell, Leute. So. Oh. Das ist ja doofa Ampel. Was hier passiert? Der war jetzt ausgebaut, denk ich mal. Ach, Mann, Leute. Ich fettfinger so bei diesen Waffenswitchen. Nö. Mach doch was. Mach doch was. Er steht da rum. Mann. So, Fettfinger. Diesmal wollte ich sie unbedingt festnehmen. Deswegen wollte ich sie nicht alle töten. Mist, 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 Mist die mappe innerlich da sind sie von hinten leute ja ich nur kriminelle drauf doch mann über die eigenen kram mann leute und wieder ins krankenhaus zack und wieder rein auf falsche seite rausgegangen warte wir müssen munitionen auffüllen keine munition das wäre jetzt ja richtig schief gegangen schon wieder so richtig richtig so auffüllen bitte auffüllen bitte 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 danke und dann nochmal auffüllen weil du hast ja geloadet das nicht macht ne leute dass er das nicht in einem ding macht ich bin ganz toll gewundert gut wir gehen weiter leute ich glaube da unten sind sie doch schon wieder du hast du von deinem job gefeuert weil du die regeln nicht befolgst gut ich weiß gar nicht was ich alles gemacht habe aber er braucht wanted gesucht level er braucht 2 ok check aber schüsse leute was für den schüssen hinzu echt geil die haben das alles echt so gematcht dass man hier wirklich durchgehen kann das ist ja geil mir selbst zu fuß relativ gut ist want ist wanted Geil. Geil, Leute. Haben wir den nochmal gehopst. Nehmen wir mal mit, Bratan. Damit wir hier wegkommen. Lami. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Als Korb, als korrupter Korb und gefeuert werden gegen eine Gang, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier habt ihr noch zwei Videos von mir. Checkt die Beschreibung aus. So findet ihr mir im Discord-Kanal. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ciao, ciao.